Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Retro-Unboxing. Match Attacks Trading Card Game Saison 2009-2010, also Bundesliga-Saison 2009-2010. Die erste von drei verschiedenen Tin-Dosen, mit einer limitierten Karte und einem Spielchip drin, sowie 35 Spielregeln, Spielregeln und wie gesagt, die erste von drei verschiedenen Designs. Ich habe alle drei hier und werde alle drei auch für euch öffnen nacheinander. Das heißt, in diesem Video machen wir den Anfang mit diesem Design hier. Gut, wollen wir noch mal schauen, was für eine Limi hier enthalten ist. So, da hätten wir, aha, da hätten wir doch die Limi schon. Patrick Ebert, Limi für Hertha BSC Berlin. Schauen wir mal, was uns noch so Feines an Karten in dieser Tin auf uns wartet. So, also, das hat euch ja noch gut. Ich würde sagen, die gucken wir uns alle zum Schluss an hier, die Powerkarten. Fangen wir mit den Base Cards an. Da hätten wir Kaka für Hertha, Marcel Janssen für Hamburg, Isaac Forza oder Isaac Forza für Hoffenheim, Daniel Schwab für Leverkusen, Marcel Maltritz für Bochum, Kevin Kourani für Schalke, Joris Mathisen für Hamburg, Yussef Mohamed für Köln, Per Nilsson für Hoffenheim, Sebastian Freis für Köln, da haben wir eine Anleitung, Alex Mayer, Fußballgott für die Eintracht, den nehmen wir beiseite, dann Carlos Zambrano für Schalke, Isaac Boakier, Nürnberg, Alex Silva, Hamburg, Mario Egimann, Hannover, Aris Tioe Bansé, Mainz, Adrian Ramos, Hertha, Marek Mintal, Nürnberg, Chadli Amri oder Ciaoli Amri, ich weiß nicht, ob das ein D oder ein O ist, oh, Ciaoli, da fehlt noch einer, Nemanja Pecinovic für Hertha, der war natürlich für Mainz, dann Gojko Kacar, ebenfalls für Hertha, Marco Marien für Bremen, Selim Theber für die Eintracht, Vasileos Kliacikas für Schalke, Rob Friend für Gladbach, Manuel Friedrich für Leverkusen, Simon Pupplin für Freiburg, Mike Franz für Nürnberg, Peter van der Heiden für Mainz 05, und Tinga für Dortmund. So, das waren die Base Cards, und dann haben wir die Power Cards, nennen wir Mainz 05 Club Logo, Yannis Amanatidis, Starspieler für die Eintracht, sehr cool, Raoul Bobadia für Gladbach, Starspieler, dann nehmen wir noch einen Matchwinner, Sami Hyppier, Hyppier, für Leverkusen, und Demba Bar für Hoffenheim, Gut, und die Limi natürlich, sehr schön, das dazu, das waren die Karten aus dieser Tin, dann haben wir hier noch, ansonsten nur noch, einen Spielchip, so ein Pokerchip hier, also eine Bundesliga, DFL, Deutsche Fußballer Liga, GmbH 2009, und auf der Rückseite, Topps Magitex, Copyright Topps Europe Limited 2007, ja, also hier einen schönen Chip, ansonsten ist die Tin-Dose leer, und, ja, dann, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir Daumen nach oben da, und wenn ihr kein Video hervorschen wollt, dann abonniert meinen Kanal, ansonsten danke fürs Einschalten, und bis zum nächsten Video, macht's gut Leute, ciao! Bis zum nächsten Mal.